Die Schilddrüse braucht keinen Mangel. Symptome wie das Nachlassen geistiger Leistungen, verminderte Antrieb, Müdigkeit, aber auch Verwirrtheit werden nicht selten als allgemeine Alterserscheinungen angetan. An ihrem Auftreten kann aber auch eine Unterfunktion der Schilddrüse schuld sein. Übrigens, eine Schilddrüsenerkrankung wird außerdem häufig bei Frauen in den Wechseljahren beobachtet. Bloß Wechseljahre oder doch die Schilddrüse? 7-26% der Frauen in den Wechseljahren leiden unter einer sogenannten subklinischen oder latenten Schilddrüsenunterfunktion, Fachbegriff, Hypothyreose. Subklinisch bedeutet, dass nur wenige und geringere Symptome bestehen als bei klinischen Funktionsstörungen, bei denen die Krankheitsanzeichen eindeutig erkennbar sind. Die meisten Frauen sind bei der Diagnosestellung 50 Jahre und älter. Die subklinische Schilddrüsenunterfunktion ist anfänglich unauffällig und hat unspezifische Symptome. Dies kann dazu führen, dass die Diagnose über Monate und Jahre verzögert wird. Die Symptome, die bei Schilddrüsenerkrankungen auftreten, können den Wechseljahresbeschwerden ähneln, was die Diagnosestellung häufig erschwert. Von der Unterfunktion zur Depression, schon leichte Veränderungen der Schilddrüse können erhebliche Probleme wie depressive Verstimmungen, Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, ja sogar Gedächtnisschwund verursachen. Auch die Herzleistung kann eingeschränkt werden. In diesen Fällen besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem sind Gewichtszunahme, Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit, Kälteempfindlichkeit, trockene Haut- und brüchrige Fingernägel als Warnsignale zu beobachten. Eine Schilddrüsenunterfunktion, die sich anfänglich nur versteckt äußert, subklinisch, kann bei einer längeren Dauer zur klinischen Erkrankung mit schlimmeren Anzeichen werden. Die Schilddrüsenfunktion sollte gerade bei Frauen in den Wechseljahren regelmäßig kontrolliert werden, um eventuelle Fehlfunktionen sofort behandeln zu können. Die Behandlung stellt Bedingungen, die Therapie besteht in der Regel in der Gabe von Schilddrüsenhormonen, variiert aber je nach Ursache. Eine subklinische Schilddrüsenunterfunktion wird in erster Linie in der Schwangerschaft und in der Pubertät behandelt sowie dann, wenn gleichzeitig Fruchtbarkeitsprobleme, Kropf-, Fettstoffwechselstörungen oder eine bestimmte Schilddrüsenerkrankung, die sogenannte Has-Hemototereoiditis, festgestellt werden. Mangelmachtunterfunktion, Selen, ein lebensnotwendiges Spurenelement, hat wichtige Aufgaben im Schilddrüsenstoffwechsel. Die Schilddrüse weist den höchsten Selengehalt aller Organe auf. Bei Störungen der Schilddrüsenfunktion ist daher häufig nicht nur der bekannte Jod, sondern auch Seelenmangel verantwortlich. Eine nicht optimale Selenversorgung beeinträchtigt die Schilddrüsenhormonfunktion und beeinflusst auf diese Weise viele Körperfunktionen negativ. Dem Trinkwasser fehlt Jod, dem Korn fehlt Selen. Erwachsene führen etwa 85% des nötigen Selens über tierische Nahrungsmittel zu, vor allem über Schweine und Hünfleisch. Selen aus Getreide kann jedoch von Körper wesentlich besser aufgenommen werden als aus Fleisch oder Seefischen, denn in Getreidekorn ist zu Selen gleichmäßig verteilt. Weniger Selen findet sich in Getreideprodukten, wie Brot oder Backwaren, denn bei der Vermahlung der Körne kommt es zu Selenverlusten bis zu 50%. Durch die sich anschließende längere Lagerung verliert Getreide dann nach und nach immer mehr des wichtigen Spurenelements. In selenarmen Ländern erzeugtes Getreide ist praktisch selenfrei, was auf die meisten europäischen Getreide zutrifft. Jodermes Deutschland Deutschland zählt europaweit mit zu den jodermsten Ländern. Der Bodenschatzjod ist in unserem Erdboden aufgrund der Klimageschichte der Erde nicht mehr in der Masse vorrätig, dass die Rohstoffe für unsere Nahrung noch ausreichend mit Jod angereichert sein könnten. Darum fehlt Jod auch im Trinkwasser und in unseren Lebensmitteln. Der errechnete Tagesbedarf liegt zwischen 150 und 300 Mikro-G, Mikrogramm gleich Millionstel Gramm. Durch unser normales Ess- und Trinkverhalten erhält die Schilddrüse aber nur etwa 100-120 Mikro-G Jod pro Tag, somit liegt eine beinahe ständige schleichende Unterversorgung vor. Die Schilddrüsenfunktion ist gefährdet. Warum Selen so wichtig ist Idealerweise sollte das Selen zu etwa gleichen Teilen aus pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln aufgenommen werden. In selenarmen Ländern wie Deutschland kann das nicht der Fall sein. Die Selenaufnahme der Bundesbürger ist im internationalen Vergleich niedrig und entspricht nicht den Empfehlungen einer optimalen Selenzufuhr von ca. 50 bis 100 Mikro-G pro Tag. Besonders ältere Menschen weisen aufgrund der oft einseitigen Ernährung einen Selenmangel auf, wodurch Erkrankungen wie die subklinische Schilddrüsenunterfunktion noch zusätzlich verstärkt werden können. Diese Erkrankung stellt zudem einen unabhängigen Risikofaktor für Arterienverkalkung und Herzinfarkt bei älteren Frauen dar. Der Selen auch eine überaus positive Wirkung bei infarktgeschädigtem Gewebe entfaltet und Studien gezeigt haben, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei niedriger Selenzufuhr zwei- bis dreimal so hoch ist wie bei ausreichender Selenaufnahme, sollte in diesen Fällen die Einnahme eines Selenpräparates, z. b. Uniselin-Markenzeichen, in Erwägung gezogen. Selenmangel äußert sich in, Schilddrüsenerkrankungen, Hautveränderungen, Gewichtsverlust, Verdauungsstörungen, Immunschwäche, Depressionen, Schlaflosigkeit, Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit, Kopf, Gelenk, Muskelschmerzen, Fruchtbarkeitsstörungen, Jodgehalt in 100 g, Schälfisch ca. 250 mkg, Seelachs ca. 250 mkg, Miesmuschelk. 130 mkg, Kabeljau ca. 120 mkg, Rotbarsch ca. 80 mkg, Spinat ca. 15 mkg, Hühnerei ca. 10 mkg, Milch ca. 9 mkg, Radieschen ca. 8 mkg, Kartoffeln ca. 4 mkg, Haferflocken ca. 4 mkg, Bachforelle ca. 4 mkg, Seelengehalt in 100 g, Rind, Kalb ca. 58, Wurst ca. 11 bis 81 mkg, Rotbarsch ca. 37 bis 44 mkg, Eigelb ca. 37 mkg, Kabeljau ca. 17 bis 37 mkg, Thun ca. 17 bis 22 mkg, Schwein ca. 12 bis 20 mkg, Roggenbrot 14 mkg, Farelle ca. 12 bis 13 mkg, Kartoffeln 5 mkg, Tipp, die Deckung des optimalen Selenbedarfs gestaltet sich schwierig. Einfacher ist es, Uniselen in optimale Dosierung einzunehmen, um Mangelzuständen vorzubeugen, die Schilddrüse gesund zu erhalten und ihre wichtigen Funktionen zu gewährleisten.